Die Lage hat sich vorerst entspannt. Aktuell steht Energie Cottbus auf Platz 14. Trotzdem kratzt der Verein nach wie vor an den Abstiegsrängen. Nur ein Punkt entscheidet über den Klassenerhalt. Das morgige Derby gegen Chemnitz ist ein Spiel auf Augenhöhe und punktemäßig von enormer Bedeutung. Mit einem Sieg kann Cottbus den Vorsprung auf die Abstiegsplätze ausbauen. Trainer Meriuzza erwartet von seinen Spielern vollen Einsatz. Wir müssen weiter 100 oder 150 Prozent Konzentration haben und wir haben nichts zu verlieren in Chemnitz. Wir müssen weiter mit Engagement, mit Herz, mit Leidenschaft spielen, wie die letzten vier Spieler. Allerdings sind die Chemnitzer unter neuem Trainer erfolgreich. Das letzte Spiel gegen Erfurt haben sie gewonnen. Und auch die Statistik spricht gegen Energie. In den meisten Partien ist Chemnitz als Sieger vom Platz gegangen. Damit sich das ändert, hat Meriuzza für seine Mannschaft eine zusätzliche Motivation. Freitag sowieso mache ich Training und mal sehen, wie das Ergebnis ist weiter. Aber Freitag 100 Prozent mache ich Training und mal sehen, wie das Ergebnis ist. Den Osterurlaub müssen sich die Spieler also erarbeiten. Außerdem wollen die Fans morgen Abend ab 19 Uhr eine dicke Osterüberraschung von ihrem Verein sehen.